jetzt mal ganz im ernst was glaubt ihr wer hier der dschungelkönig oder die dschungelkönigin wird 2017 das könnt ihr mal ohne beide dings da reinschreiben hier kommentare da und da sagt er mal was ihr glaubt von uns allen hier wer hier der dschungelkönig wird oder die dschungelkönigin und der soll die kronen trache und seppte in der handhalte hier dschungelkönig 2017 hier sagt du mal wer das schaffen kennt bis dann macht's gut